Herzlich Willkommen an der Gesamtschule Rheinbach. Ich bin die Darstin aus der 5.1 und wir nehmen euch jetzt mit auf eine Tour durch unsere Schule. Und hier links ist auch schon die Mensa. Kommt mit! Herzlich Willkommen aus der Klasse 5.3. Dort arbeiten unsere Hausmasse. Hier ist der Zernuraum, wo wir hoffentlich nicht so oft hier kommen. Und jetzt geht es weiter hier lang. Das ist das Büro von unserer Schulleiterin Frau Dietrich Rhein. Und wir gehen mal rein. Ja! Hallo! Hallo! Das ist unsere Schulleiterin Frau Dietrich Rhein und sie ist die beste und netteste Schulleiterin auf der ganzen Welt. Oh! Da freue ich mich aber. Herzlichen Dank! Und herzlich Willkommen in den neuen Fünfer! Und hier hängen die Bilder von unserem Lehrer. Und hier direkt daneben ist auch das Sekretariat. Hallo Frau Dietrich Rhein. Und das ist unser Sekretariater Frau Schumann. Hier geht es direkt weiter zu eurem Abteilungsleiter und dann klopfen wir mal an. Hallo! 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 Und ihr ist meistens gut drauf, außer wenn ihr was Böses macht und wenn Gladbach mal verliert. Das hast du sehr schön gesagt, Paul. Nichts hinzuzufügen. Ja! Vielen Dank! Weiter geht's! Das ist Herrn Paffenholz und der didaktische Leiter. Er ist meistens auch gut drauf, außer wenn Köln mal verliert. Hallo, ich bin Maja. Hier ist der 100 Wasserflur, wo die ganzen Klassen von den Fünfern sind. Hallo, ich bin Roman aus der derzeitigen Klasse 5.1. Hallo, ich bin Jack, auch aus der derzeitigen 5.1. Und das ist unser Info. Hier könnt ihr euch entspannen und Tüchter nicht spielen. Hier geht's weiter zu unserem Fachraum. Ähm, bisschen, sondern Naturwissenschaft. Und so sieht das Ganze aus. Und hier ist unser Musikraum. Ähm, das hier ist der coolste Musiklehrer und Sportlehrer. Hier kann man singen, tanzen und Musik spielen. Und das ist unser neuer Talakunstraum. Und hier könnt ihr eure tollen Bilder abmalen, so wie das hier gerade. Das ist unsere Bibliothek. Hier kann man sich ganz viele Bücher ausleihen. Kommt mit, wir zeigen euch jetzt das Lehrerzimmer. Und hier ist das Lehrerzimmer. Da dürfen wir nicht hin, da dürfen nur die Lehrer hin. Aber wir werden euch jetzt das einmal zeigen. So sieht das Ganze aus. Hier ist unsere Schulsozialarbeiterin Frau Werbeke. Hier kannst du hin, wenn du irgendwelche Sorgen hast. Hallo, ich bin Leonie aus der aktuellen Flüssig. Hier da ist es der Standort 2 am Lebelisgraben. Hier kommt man ab dem Jahrgang 9 hin. Und ganz sicher ist er auch genauso schön wie der Standort 1. Viel Spaß an deiner neuen Schule. Wir sind sicher, du wirst neue tolle Freunde finden. Wie geht es?